Hallo, euer Kapo hier. Heute ein weiteres Video von Watcher of Whelms. Opening Time, es geht wieder los. Uralte Beschwörungen. Ich habe neun Stück. Die anderen werde ich nicht öffnen. Wer Interesse hat, sage ich nochmal von vornherein, habe ich im Discord aber schon erwähnt auch, wer Interesse hat, am Opening teilzunehmen, Richtung Weihnachten irgendwann, wird ja auch wieder eine Double Chance sein. Da will ich dann mal ein großes Opening mit meiner Community machen. Wir sind schon ungefähr vier Leute. Also ich denke, das wird lustig werden im Stream. Ich habe aktuell, bin am Sammeln 35, habe ich hiervon und drei von den goldenen. Ja, wie gesagt, wer da Interesse hat, meldet euch gerne bei mir im Discord oder im Stream oder generell mich persönlich anschreiben, damit ich das notieren kann, dass ich weiß, wie viel ungefähr dann dabei sind. Und wie gesagt, Richtung Weihnachten machen wir diesen Opening Stream oder also live im Stream öffne ich bei meinem Account und bei euren Accounts. Gut, aber heute gehen wir zu den speziellen uralten Beschwörungen und vielleicht habe ich ja die Chance, den einen oder anderen zu bekommen. Fangen wir an. Auf jeden Fall mal wieder was Legendäres, wäre gut. Oh, der erste Splitter und das... Wer ist das? Kenne ich noch nicht. Ist das Ajax? Das ist jetzt nicht euer Ernst, der erste uralte Splitter. Das wäre ja jetzt der Hammer. Das Video kenne ich noch nicht. Vermute, dass er das ist. Also mehr Glück kann man nicht haben, wenn das jetzt bei einem Splitter, bei den ersten Splitter schon ein legendärer ist. Ajax, Hammer. Was soll ich dazu sagen? Der erste Splitter und es ist ein legendärer. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ich habe eigentlich schon alles erreicht nach einem Splitter. Wir können schon aufhören. Wahnsinn. Mir fehlen echt die Worte gerade, dass ich mal wieder Glück habe. Aber auch an euch gesagt, wer vielleicht kein Glück hat, ich hatte jetzt die letzten Mal bei den ganzen Openings, ob das legendäre Splitter waren, normale Splitter, kein Glück mehr. Wenn war es ein Dupe gewesen oder ein schlechter, den ich nicht brauche, ein legendärer. Und ich musste fast immer bis zum Pity gehen. Von daher steht mir das Glück, denke ich, mal wieder zu. So acht Stück haben wir noch. Also meine Erwartungen sind jetzt eigentlich nicht mehr hoch, weil ich hatte jetzt schon Glück. Aber beim ersten Splitter ist natürlich richtig, richtig geil. Das macht die Hoffnung. Dass man bei acht Splitter vielleicht noch was kriegen könnte. Mal gucken. Wenn nicht, wäre es aber auch nicht schlimm, weil der erste war ja erfolgreich. So, machen wir weiter. Vielleicht nochmal ein epischer. Das wäre schon nicht schlecht jetzt bei vier Splitter noch, wenn jetzt nochmal ein epischer mit drin ist. Zwei Stück noch, los geht's. Und der letzte. Schade. Aber wie gesagt, mega beim ersten Splitter gleich Ajax bekommen. Mal gucken, wo der gutste ist. Wo ist der hin? Der wird ja irgendwo ganz unten sein mit. Da ist er. Die Bewertungen sind wirklich richtig, richtig gut bei denen. Ausrüstungsrate zwei und eins ist er gut bewertet. Auch die drei. Und da muss ich jetzt mal gucken, denn ich bin dabei. Bei der drei versuche ich gerade die 21 zu schaffen. Vielleicht habe ich mit ihnen Chancen. Ich werde es berichten. Auf jeden Fall mega. Und mir fällt dazu echt gerade nichts ein. Ich freue mich einfach, dass ich mal wieder Glück hatte. Ja, also wie gesagt, wer beim Opening Weihnachtstream dabei sein möchte, sagt mir Bescheid. Und ansonsten, wenn euch meine Videos gefallen, wie immer gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Kapo. Macht's gut. Ciao, ciao.